Ländle Calling! Zu Gast beim SC Austria Lustenau in Vorarlberg, um zu sehen, was es da alles so für Besonderheiten gibt. Kommt mit! Hallo Andi! Servus, grüß dich! Wie geht's? Gut, danke. Hier, es tut sich ja regelmäßig etwas, habe ich das Gefühl. Ja, jetzt in letzter Zeit geht schon wirklich etwas weiter, wenn man natürlich die Bagger schon sieht und hört den ganzen Tag. Also, ja, es tut sich was. Kann man da überhaupt in Ruhe arbeiten, neben einer solchen Großbaustelle wie hier? Ja, die Trainingsplätze sind ja noch ein Stückchen weiter dahinter und darum geht es schon. Hat sich überhaupt einiges getan, oder? Seit du im Jänner hier begonnen hast. Hier einmal mit dem Stadion, das ja dann in neuem Glanze erstalkt, bei 25, glaube ich, ist es soweit. Genau. Und auch sportlich. Wie wirst du das einstufen? Ja, es tut sich natürlich ständig etwas in unserem Leben und als ich gekommen bin, die Baustelle hat es ja schon vorher gegeben, aber jetzt ist speziell in den letzten Wochen natürlich viel weiter gegangen. Es gibt Höhen und Tiefen. So wie es da mal schneller und mal besser geht, vielleicht so auch im sportlichen Bereich. Ja, absolut. Das gehört im Sport einfach dazu. Es geht nicht immer nur bergauf und man kann nicht immer nur gewinnen, sondern manchmal verliert man auch und das ist ein Teil des Sports und es ist auch wichtig, dass man diese Erfahrungen auch macht, zu verlieren, weil verlieren zum Sport dazugehört. Du hast zuvor die Trainingsplätze angesprochen. Hier wird man eher nicht trainieren können, heute und morgen noch. Magst du mir die Trainingsplätze zeigen? Ja, gerne. Es ist das Rhein-Vorland, da hinter dem Wall. Da können wir gerne hingehen. Perfekt. Gerne. Machen wir das. Schaut ja wunderbar nach Natur hier aus. Ja, traumhaft natürlich. Und nach Trainingsplätzen auch oder wie, Andi? Absolut. Da ist der Rhein, dahinter die Schweiz und dazwischen im Rhein-Vorland liegen die Trainingsplätze. Man sieht gerade unseren... Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, oder wie? Nein, ich habe schon lange keinen Zug mehr gesehen da vorne, aber ich glaube, es fährt noch so ein Nostalgiezug ab und zu da, der da vorbeifährt. Aber ja, da sind die Trainingsplätze für alle Mannschaften, vom Nachwuchs her über die zweite Mannschaft bis zur ersten Mannschaft. Der Nachteil natürlich hier der Rhein und ab und zu geht der auch über und dann gibt es die Überschwemmung und dann sind die Plätze hier alle kaputt. Also dann ist da unten einmal nichts mit Fußballspiel. Dann steht da bis zu eineinhalb, zwei Metern das Wasser und da muss man warten, bis das Ganze wieder weg ist und dann ist der ganze Schlamm, den der Rhein mit sich gebracht hat und dann sind die Plätze für einige Wochen auch weiterhin unbenutzbar. Jetzt mittlerweile schaut es natürlich wieder schön aus. Der Frühling und Sommer bringt natürlich dann wieder Vegetation, aber zu dem Zeitpunkt der Überschwemmung schaut es schlecht aus. Der Ausblick ist aber auch wunderbar hier mit den ganzen Schweizer Bergen. Kennst du sie alle beim Namen? Überhaupt nicht, ich bin mir auch nicht sicher, ob die Berge da unten, nicht sogar in Österreich, liegen die da drümmelig sicher in der Schweiz. Apropos Ausblick, der Ausblick aus deinem Trainerzimmer, Trainerbüro würde mich auch interessieren. Erlaubst du uns da zutreten? Da können wir gerne reingehen, da werdet ihr euch auch wundern, es gibt nämlich keinen Ausblick. Schauen wir. Gerne. Ja, Andi, ich glaube in Sachen Ausblick hast du tatsächlich nicht zu viel versprochen. Nein, ist auch nicht notwendig. Es gibt natürlich Trainerkabinen, wo man einen herrlichen Ausblick hat, vielleicht auf die Plätze oder was auch immer. Aber mir ist wichtiger, dass ich meine Utensilien dieses… Tipkick? Ja, sowas ähnliches wie Tipkick. Ist ja auch ein Spiel, aber ich nutze es ganz einfach als taktischen Zweck. Und auch die Taktiktafel, das sind Dinge, die mir, der Fernseher für die Videoanalyse, das sind die Dinge, die mir wichtiger sind als der Ausblick. Aber natürlich, ich hätte auch nichts gegen einen schönen Ausblick gehabt. Das Büro, du warst ja schon mal hier Trainer, hat sich wie stark verändert von damals zu heute? 20 Jahre, glaube ich, ist es her, seit du das erste Mal in Luzzenau? Es ist 20 Jahre her, diese Kabine hat es damals nicht gegeben. Es war eine Umkleidekabine für Mannschaften. Ich hatte eine kleine Kabine für mich als Trainerstückchen weiter vorne. Aber die ist jetzt besser und größer. Was ist für dich überhaupt das Wichtigste, auf was du den Spielern mitgeben willst? Naja, es gibt natürlich unterschiedliche Dinge. Du musst vom Sportlichen her den Spielern klare Anweisungen geben, wie wir uns gegen den Ball und mit dem Ball verhalten wollen. Und das kann man solchen Dingen dann ganz einfach auch besser erklären und dann im Training auch umsetzen oder an Videos. Aber ansonsten ist es mir wichtig, das sind alles junge Menschen, die ganz einfach respektvoll miteinander umgehen sollen. Weil diese Respektlosigkeit ja eigentlich in unserer Gesellschaft mittlerweile überhand genommen hat und sich die Welt sehr stark verändert hat. Und dann versucht man ganz einfach diese alten Werte wie Respekt und Wertschätzung nochmal hochleben zu lassen und auch in Teil meiner Arbeit einfließen zu lassen. Wie viele Stunden pro Woche verbringst du hier? Mit Sicherheit zu viel, weil man auch als Trainer natürlich irgendwann einmal dann fertig ist oder müde ist. Aber ja, es gibt sicher keinen Tag, wo ich nicht zehn Stunden mit diesen Dingen beschäftigt bin. Und du hörst den Fortschritt von draußen, von der Baustelle? Von der Baustelle, den Fortschritt hör ich ja, aber stört nicht, weil es so ein monotoner Geräuschpegel ist, der dann ganz einfach nicht belästigt. Und hier dann auch der Ort für Einzelgespräche mit Spielern oder gibt es hier dann ganz woanders? Nein, genau das ist der Platz, wo die Jungs dann zu mir in die Kabine kommen. Auf diesem Sessel. Auf dem Sessel oder wenn es mehr sind, stehen sie dann da herum, aber auf dem Sessel führe ich die Einzelgespräche. Genau so ist. Das heißt, bei mir am Wochenende Startelf. Muss nicht sein. Eigentlich sitzen öfters die hier, die nicht spielen. Auwe. Ja, herein. Oh, ich hab dich gelobt. Servus, Coach. Servus. Hast du gerade Zeit? Servus. Jetzt gerade ist es schlecht? Ich hätte Zeit. Servus. Ja, sonst kannst du nicht mitkommen. Ja, bitte. Sehr gerne. Andi, vielen Dank. Gerne. Ich hoffe dann, du nimmst ja Platz, der auch gespielt am Wochenende. Gerne. Wenn ich schon nicht vorgesehen bin. Schauen wir mal. Servus. Servus. Was hättest du gebraucht vom Trainer? Ich wollte ja nicht was Taktisches fangen wegen am Wochenende, aber... Ich bin auch zufrieden damit, dass du jetzt mitkommst. Glaubst du, dass ich dir da die Tipps geben kann? Ich glaube, das wird schwierig, aber ich kann ja zumindest das Stadion und die Stadt sein. Das klingt nach einer guten Idee. Top. Schaut nach Kabine aus da. Ja, das ist unsere Kabine. Ich glaube, die ist schon 80 Jahre alt. Ein bisschen was wurde schon erneuert. Wie man sieht, ist jetzt nicht die neueste Kabine. Aber ich denke, das hält uns spiel am Boden, dass wir nicht abheben. Und ja, ein bisschen Oldschool-Flair ist dabei. Aber erdig. Einfach. Und oft liegt ja in der Einfachheit dann auch. Die große Sache sozusagen. Genau. Also wir haben da diesen Bereich. Drüben ist nochmal genau der gleiche. Dazwischen sind die Duschen. Da haben wir unsere Musikbox. Wo hauptsächlich die Franzosenmusik machen. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Also so viel gibt es hier auch nicht zu sehen. Aber weil du sagst, alles relativ einfach und schlicht gehalten. Genau. Ich habe heute schon ein paar Minuten in Vorarlberg verbringen dürfen. Es wirkt sehr entspannt, sehr ruhig. Jetzt spreche ich schon mit dem zweiten Wiener heute hier. Wie ist es für einen Wiener in Vorarlberg? Also ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut. Es ist relativ ruhig. Sehr schön allgemein da. Mit den ganzen Bergen rundherum. Mit dem Panorama. Es ist echt top. Und ich sage, für einen Sportler ist es absolut top. Also man kann sich echt entspannen zwischen den Trainings und den Spielen. Und konzentrieren auch auf die Sache. Genau. Bei Lusten hat ja rund 23.000 Einwohner glaube ich. Genau. Aber das Ortszentrum an sich ist dann doch etwas überschaubar, glaube ich. Genau. Also ich wohne auch nicht weit weg vom Zentrum. Aber viel ist da nicht los. Also wie gesagt, es ist eher ruhig in Vorarlberg. Und man kann eher die Natur genießen. Dann schauen wir uns die Natur auch noch etwas an. Besser gesagt die Stadt oder die Natur ist ja fast eines hier, kann man sagen. Genau. Ja, folgst du einfach. Folge dir unauffällig. Top. Machen wir es so. Natur und Zentrum. Wie vereint hier eigentlich in Lustenau? Genau, ja. Also man sieht eigentlich überall die Natur. Egal wo man ist. Selbst da im Zentrum sozusagen ist überall Natur vorhanden. Und ja, tut auf jeden Fall der Seele ziemlich gut. Sozusagen Zentrum, weil das Zentrum an sich nur sehr klein ist. Genau, ja. Also Lustenau ist relativ weitläufig. Aber das Zentrum ist relativ klein auch. Du bist aber auch als Wiener ein Vorarlbergsspezialist, oder? Wenn man deine Vereine so ansieht bislang. Da war ja schon einiges dabei im Ländle. Genau, ich war ja schon drei Jahre damals beim FC Dornbirn. Das ist jetzt meine zweite Saison bei Austria Lustenau. Also kann man schon sagen, das ist mein fünftes Jahr jetzt, dass ich ein kleiner Fallberg-Experte bin. Wird immer größer, das Expertentum, glaube ich. Genau, ja. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht in Zukunft. Aber dass du Profifußballer geworden bist, ist dir ja irgendwo auch in die Wiege gelegt worden, oder? Stichwort Papa, hat selbst Nationalteam gespielt für Litauen, hat sogar Champions League gespielt. Mama war Welthandballerin. Genau, ja. Hättest du dich überhaupt erlaubt, ihr getraut, irgendwas anderes zu machen? Ja, also ich muss ehrlich sagen, dass meine Eltern mich nie zum Sport gedrängt haben, weil sie eben vom Leistungssport kommen und wissen, dass es auch sehr hart sein kann. Aber ich habe eigentlich von klein auf, bin ich in der Halle oder am Fußballplatz aufgewachsen. Und für mich persönlich war es eigentlich klar, dass ich irgendwann auch Sportler werden will. Und dann war relativ früh klar, dass ich Fußballspieler werde. Und das ist auch ein wunderbares Glück. Ja, zum Glück. Über Umwege, über die Regionalliga, über die zweite Liga habe ich es dann doch noch in die Bundesliga geschafft. Und mal schauen, was noch alles kommt. Durchhaltevermögen zahlt sich aus. In dem Fall schon, ja. In Zukunft auszahlen, hoffentlich. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Haben wir heute eigentlich das Wetter schon gelobt? Nein, ich glaube nicht. Das ist heute außergewöhnlich gut. Habt ihr das gute Wetter mitbekommen? Wieder aufgeessen zu Hause, gell? Ja, schaut so aus. Hey, Fabi, was geht? Oh. Hey. Outfit zufolge, Teamkollegen. Alles klar. Servus, Benjamin. Hi. Ja, das passt eh gut. Dann kann ich gleich an den Fabi übergeben. Der ist ein richtiger Vorarlberger. Der kennt sich perfekt aus hier. Noch besser als du. Ja, noch besser sogar. Das werde ich mir jetzt anschauen. Danke jedenfalls, Lukas. Gerne, gerne. Servus. Hat großen Spaß gemacht. Schönen Tag noch. Ciao. Was weißt du alles mehr über Vorarlberger als Lukas? Ich weiß nicht, über was er alles gesprochen hat, aber ich glaube einiges mehr. Und du bist ja ein Waschrechter Vorarlberger. Du hast jetzt vier Worte gesagt und ich weiß es. Das kann ich mir vorstellen. Das ist ein sehr berüchtigter Dialekt in Vorarlberg. Man sagt ja nahe zu der Schweiz. Der Dialekt kommt aus der Schweiz. Von dem her bin ich hier aufgewachsen und eine Zeit lang außerhalb von Vorarlberg gelebt. Warst du in Hamburg auch? Genau. Und bei deinen Sportfreunden Lotte? Auch, genau. Wie ist da der Unterschied von Hamburg, der Hansestadt, hierher an den Rhein? Riesenunterschied. Natürlich ist es eine Großstadt, einiges los. Ich glaube, wer sich ein bisschen auskennt in Hamburg, weiß was da los ist von Montag bis Sonntag. Ja, aber es ist einfach wieder schön, daheim in Vorarlberg zu sein. Willst du sagen, hier ist nicht so viel los? Wahrscheinlich weniger als in Hamburg. Alle im Stadion am Wochenende, wobei momentan ja im Prägenz. Genau, ja momentan im Prägenz. So ist es. Wie verstehen sich die Gemeinden, Städte untereinander eigentlich in Vorarlberg? So wie Prägenz, Stornbären oder eben auch Alltag und Lustenau? Ja, eigentlich sehr, sehr gut. Ich sage jetzt die Rivalität jetzt bei den Vereinen, außer Lusten und Alltag. Da ist eine gewisse Rivalität da, aber sonst passt das sehr gut. Versteht man sich? Ist man ein Team Vorarlberg sozusagen, abseits jetzt natürlich vom Spieltag? Kann man so sehen, genau. Und warum heißt es, das würde ich schon auch gerne geklärt haben, Vorarlberg? Ist es nicht etwas sehr eng, die Sichtweise? Für uns aus dem Osten wäre es ja eher hinterm Arlberg. So ist es. Das wird ja immer sehr häufig diskutiert. Aber wenn es aus unserer Sicht ist, ist es ja vor dem Arlberg. Also von dem her... Eine egozentrische Sichtweise. So ist es, ja. Sind die Vorarlberger sonst auch eher, nennen wir es, engstirnig vielleicht? Oder wie würdest du den typischen Vorarlberger beschreiben? Würde ich gar nicht so sagen. Ich würde eher sagen, dass Vorarlberg ja sehr offen und sehr herzlich ist. Ich kann es jetzt relativ gut vergleichen, weil ich jetzt doch schon in einigen Städten außerhalb von Vorarlberg gewohnt habe. Also Stuttgart, Hamburg, in Holland. Ja, ich finde die Menschen hier sind einfach offen, egal wer kommt. Also von dem her ist es herzlich und offen. Kann ich nur bestätigen. Das freut mich. Wir befinden uns jetzt zwar schon längere Zeit im Zentrum, aber das ist das absolute Zentrum von Lustenau. Kann man das so sagen? Genau. Hier ist der blaue Platz. Im Hintergrund sehen wir das ehemalige Ostwerk-Café. Und hier ist quasi das Zentrum von Lustenau. Blauer Platz, weil? Würde ich jetzt gar nicht wissen. Weil blau angemangt. Genau. Es ist der blaue Boden, aber es hat einen Hintergrund. Den müsste ich aber selbst nachfragen, was das genau für einen Hintergrund hat. Und das im Hintergrund? Das Wahrzeichen oder? Das Wahrzeichen von Lustenau. Die Kirche aus Lustenau. Genau. Und ansonsten hier noch der Weichshocksaal und dann sind das die Fast Visits sozusagen von Lustenau. Quasi, ja genau. Dann gibt es noch das Stadion. Das Reichsau Stadion. Das ist aber ein bisschen außerhalb vom Zentrum. Aber bald auch wieder sehr sehenswert, wenn dann neu renoviert. Denke ich auch. Laut den Plänen sehr modern, klein und kompakt würde ich sagen. Ich freue mich drauf. Jetzt haben wir die Nähe zur Schweiz schon gesehen einerseits. Jetzt haben wir euch mit Andi Heraf schon einen Blick hinüber geworfen über die Grenze. Ist die Nähe zur Schweiz auch so erkennbar? Ein paar noblere Autos habe ich schon gesehen da. Oder sind die alles von Lustenau-Spielern? Das glaube ich jetzt eher nicht. Aber ja, das ist ein Faktor, dass viele Schweizer hier drüben sind in Vorarlberg. Gerade auch wenn sie durchfahren nach Deutschland, ist es sehr erkennbar, dass sich in der Nähe die Schweiz befindet. Bist du sonst auch regelmäßig hier im Zentrum unterwegs in Lustenau? Eher selten. Da ich ja aus Dornen komme, bin ich eher in Dornen unterwegs. Ich wohne ja dort und in Lustenau eher selten. Steppt in Dorn werden öfters der Bär? Kann man so sagen, genau. Tatsächlich? Ja, kann man wirklich so sagen. Je nachdem, in letzter Zeit hat man leider nicht allzu viel zum Feiern. Aber wenn es etwas zum Feiern gibt, dann eher in Dornen. Aber Lustenau, das kann ich bestätigen, ist auch ein schöner Fleck Erde. Also einen zweiten Besuch auf jeden Fall fertig. Ich komme nochmals, versprochen. Freue ich mich. Vielen Dank, hat es großen Spaß gemacht und ich habe viel kennenlernen können. Auch ein bisschen Vorarlberg. Sehr gut. Danke, tschau. Danke auch, tschau. Das war sie also, unsere Tour durch Lustenau, wo wir einen Blick auch hinter die Kulissen des SC Austria Lustenau geworfen haben. Mir hat es großen Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Die, die fern die Kulissen lose, sonstten wir uns für ein Fake pasture dauern. Vielen Dank.